Der Truppenführerlehrgang an der Heeresflugabwehrschule hatte das Ziel, einem internationalen Teilnehmerkreis aller Teilstreitkräfte die Bedrohung aus der Luft in Operationen verbundener Kräfte und asymmetrischer Kriegführung aufzuzeigen. In Theorie und Praxis wurde dargestellt, über welche Fähigkeiten und Möglichkeiten die Heeresflugabwehrtruppe derzeit verfügt. Der hohe Spezialisierungsgrad der Heeresflugabwehrtruppe bei der Aufklärung wurde am Beispiel des Luftraumüberwachungsradars Lühr und dem Nahbereichsradar NDR dargestellt. Im scharfen Schuss wurden der Flakpanzer Gepard und der Marder als Waffensystem der Panzergrenadiertruppe gezeigt. Die Lehrplanübung veranschaulichte, welche Luftraumordnungsmittel zur Verfügung stehen und wie sie durch die Heeresflugabwehrtruppe für das Heer koordiniert werden. Mit welchen Vorstellungen, mit welchen Wünschen sind Sie hier zu dem Truppenführerlehrgang in Todendorf angereist? Wie Sie vielleicht wissen, habe ich gerade erst eine neue Funktion übernommen, das heißt also der Kommandeur der französischen Artillerie-Schule. In dieser Funktion wurde ich nun zu diesem Lehrgang der Truppenführer eingeladen. Sie wissen vielleicht, dass die französische Artillerie-Schule beide Arten von Artillerie abdeckt, die reine Artillerie auf der einen Seite und die Heeresflugabwehr auf der anderen Seite. Was mich jetzt hier bei diesem Truppenführerlehrgang besonders interessiert, ist natürlich einmal die deutsche Heeresflugabwehr kennenzulernen, ihre Arbeitsweisen, wie sie dort tätig wird. Und was mich natürlich ganz besonders interessiert, ist die Zukunft der deutschen Flugabwehr. Ich denke mal, dass es in Deutschland ähnlich wie in Frankreich ist, das heißt also in Zeiten immer knapper während der Haushaltsmittel, ist die Heeresflugabwehr natürlich in einer schwierigen Situation und wird also sicherlich auch noch einige schwierige Situationen erleben. Denn es ist ja sehr oft so, dass die Bedrohung aus der Luft, die wir natürlich sehr wohl wahrnehmen, die auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist, natürlich von Nicht-Artilleristen nicht immer unbedingt auch in dieser Wichtigkeit gesehen wird. Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Bedrohung aus der Luft sollte auch den Angehörigen anderer Truppengattungen verdeutlicht werden. Diese Lehrgänge der Truppenschulen für die Truppenführer im Deutschen Heeres sind einfach von höchster Qualität. Hier präsentiert sich die Truppengattung mit ihrem General der Truppengattung und von daher ist nochmal höchste Qualität, dass einfach was angesagt ist. Ich denke, dass es wunderbar gelungen ist, das darzustellen, was die Flugabwehrschule hier leistet.